Okay Leute, es geht weiter. Ich hab was entdeckt in der westlichen Hauptstadt, dass man hier hochgehen kann. Hier eine Truhe findet. Tempozeichen, okay. Gut. Tempozeichen, das ist wohl etwas zum Ausrüsten. Habe ich recht. Wo ist die ich da? Das habe ich so nebenbei entdeckt. Vielleicht finde ich auch noch andere Orte. Egal, speichern wir kurz mal. Wir haben... Also ich hab viel gelevelt. Nicht so viel, aber es geht. Damit ich wenigstens gegen die Gegner so fertig werde. Achso, hier war das. Okay, und ich weiß auch, wie ihr den Scouter einsetzt. Kann ich auch zeigen. Okay, wenn ihr wissen wollt, wie der Scouter geht. Ah, falsch. So erst kann man den analysieren und du greifst mal ihn an. Also gleich analysiert er den Gegner. So ist der Scouter. Und so funktioniert das Scouter, so gesagt. Und hat eine Z-Attacke, die ich gekauft habe. Warte, hier zeige ich euch auch gleich mal. Wenn seine Zornanzeige aufgefügt. Okay. Seine Z-Attacke. Finale Sonnenfaust. Habe ich ja im letzten Part schon gezeigt. Jetzt kommt die Marlin in Einsatz. Ja. Widerstand. Und Tod mit dir. Niemand überlebt diese Attacke. Okay, dankeschön. Habe ich gut gebraucht. Und ich habe fünf Fenix-Federn und alles geholt, damit ich endlich weiterkomme in diesen Spielen. Und dann habe ich das gezeigt, dass ich hier aufgelevelt habe. Bei Ina habe ich auch Reingiki aufgelevelt. Und Kameram, ja, glaube ich auch. Habe ich schon gezeigt, glaube ich mal. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gezeigt. Du ähnende Schwanzkopf. Warum hat eigentlich Krillin keine Spezialattacke jetzt? Ich muss mal gleich gucken, vielleicht hat er jetzt seine Spezialattacke. Und los. Bist du weg? Aber jetzt schon. Ich analysiere ihn mal. Analysieren. Wie viel EDP hat der normalerweise? Erfahrung kriege ich 150. Okay. Und 220 Geld kriege ich von ihm. Man kann bei diesem Scouter auch erkennen, wie viel Geld man von dem Gegner bekommt. Egal. Eigentlich geht das nicht, aber egal. Wir akzeptieren das einfach mal. Hallo, da stand 161. Was ist los? Warum lebt das noch? Unlogische Kacke, aber naja. Okay, jetzt haben wir das. Rechts gehe ich noch nicht. Das sind zu starke Gegner. Zu starke jetzt. Man hat es gesehen. Man hat es gesehen. Ach, wird es mich verarschen spielen. Kleine Bohne für dich. Du greifst mal ihn an. Scheiße, Mann. Okay, er lebt zu Glück noch. Sein Z-Angriff. Du machst wieder kleine Bohne auf ihn selbst. Okay, gut. Er kann die Z-Attacke jetzt machen. Jetzt komm. Tötet die beiden. Stirb, ihr verdammten, verfickten Fledermäuse. Und Bämst. Oh. Das nenne ich mal Schaden, Leute. Das nenne ich mal Schaden. Kleine Bohne. Yay. Wieso kommt noch diese Gegnerform? Ich hab auf die echt keinen Bock. Und, äh, ja. Ich weiß. Ich hab mich jetzt an den Ort erinnert. Dieser Ort da, wo man rechts gehen kann, da kann man später hin, um eine bestimmte Sache zu machen. Äh. Mehrformangriff. Und Kamehameha. Da kann man gegen einen speziellen Gegner kämpfen. Aber dazu komm ich später mal. Aber erstmal muss ich ja weiterkommen. Und noch viel Level. Och, leck mich, Mann. Du verdammte... Ach, das regt mich jetzt schon wieder auf. Vielleicht muss sich mal eine Ausrüstung irgendwie was ändern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Egal. Das Teil ist tot. Angriff. Du, Kamehameha. Okay. Dachzustand greift an. Jetzt bist du aber tot. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Items. Kleine Bohne für dich. So. Die Truhen cool ich mir später. Kann ich bitte irgendwo speichern? Truhe. Okay. 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 Oh, nicht ihr. Ich muss gleich mal Key wieder auffüllen oder ein Level abbekommen. Oder einen Speicherpunkt erreichen, damit ich das kann. Okay, die ist tot, die Schlampe. Angriff, Angriff, Angriff. Kann ich mal lange leben. Echt nicht. Boah, ey. Geh mit den Äschen weg. Tenschnan ist vielleicht mit Lunch verlobt oder so. Oder nicht. Oder nicht. Oder doch. Ich weiß nicht. Powerosustein. Dankeschön. Ey, die kommen... Ey, wie viele Zufallskämpfe kommen denn die ganze Zeit, Mann? Das ist über... Die übertreiben es richtig mit den Zufallskämpfen. Oh, leck mich, Mann. Kiss mir die Füße. Boah, sechs Minuten und ich kämpfe ganz selten nur. Okay, tot. Und es leidet in Schaden, weil ich diesen Giftding dabei aufgerüstet habe. Das hilft dir nicht. Du kriegst den Schaden wieder zurück. Stirbst du? Danke, Mann. Danke. Okay, bald ein Level ab. Das ist gut. Was gibt's da oben für mich? Ähm, was ist zur Hölle ist das denn? Ist das was auszurüsten? Ein Objekt vielleicht? Amethysid oder so, wie das heißt. Klingt wie ein Enzym. Kann viel Geld verkauft werden. Okay. Oh! Ey, das Spiel wird mich verarschen. Das Spiel wird mich doch verarschen, Mann. Genau nach der Schatzruhe. Bäm, Zufallskampf. Okay, das Teil ist tot. Sag ich ja. Okay, ein Kampf noch. Ein Kampf für Krillin und zwei Kämpfe für 4 Tension an. Bitt. Okay. So. Rengeki, so. Komm, gib ihr. Ich hab's für dich aufgepowert, die Angriffe. Also, mach ordentlichen Schaden. Ich brauch dringend einen Speicherpunkt. Oh, scheiße, Mann. Okay. Okay, die ist auch weg. Keiner ist gekommen. Ähm, wartet. So und so. Sehen wir mal, wer gerade kommt. Okay, ich muss die Part jetzt beenden. Tschüss. ne, wo aber viel chemicals ist. мы�ably.